In dem Zusammenhang, hier gerade angesprochen, Nacht und Nebel, gut 23 Uhr soll nicht so schlimm sein, laut Herrn Lippmann, auch mal unter tatkräftiger Mithilfe der CDU, die offenbar immer noch nicht begriffen hat, dass sie jetzt Opposition ist, den aus der DDR bekannten Straftatbestand der staatsfeindlichen Hetze ins Gesetz eingebracht. Gut, bei uns heißt das etwas anders. Läuft aber auf dasselbe hinaus. Heimlich durch die Hintertür, ohne eine ausreichende öffentliche Debatte, versteckt in einem unauffälligen Antrag, wurde die Verschärfung des Volksverhetzungsparagrafen 130 durchgezogen und damit die Abschaffung von Meinungs- und Pressefreiheit und auch der Freiheit der Wissenschaft ein weiteres Stück vorangebracht. In Zukunft soll die Leugnung und gröbliche Verharmlosung, was immer genau das ist, von Völkermorden und Kriegsverbrechen in Deutschland als Volksverhetzung strafbar sein, soweit dies den öffentlichen Frieden stört und geeignet ist, zu Hass und Gewalt aufzustachen. Und Letzteres ist ein Zeichen unserer derzeit herrschenden Postdemokratie. Ansichtssache? Was ist Hass? Denken wir an Klimaaktivisten, die jetzt sagen, das ist, wenn jemand dabei bei einer Blockade zu Tode kommt. Sowas passiert eben. Auch hier bin ich der Meinung, hier ist ein Einfallstor, auch wenn man vielleicht mit einer Auffassung Sympathie hat und sagt, das ist ja nur ein Kollateralschaden. Übrigens im Krieg eine häufige Argumentation. Und auch hier bin ich der Meinung, bitte Diskurs und keine Strafbarkeit, selbst wenn es solche vielleicht widerwärtigen Ausführungen sind. Aber kommen wir mal zu den praktischen Auswirkungen des Gesetzes. Ganz im Sinne der mehr um sich greifenden Gesinnungsjustiz lässt der erweiterte Paragraf 130 jede Menge Interpretationsspielraum zu. Da soll der Amtsrichter etwa aus Hintertupfingen entscheiden, welches von zwei in einer kriegerischen Auseinandersetzung verwickelten Völkern Opfern von Kriegsverbrechen und welches Täter ist. Komplexe Sachverhalte, die meist nach langer, mühevoller Aufarbeitung geklärt werden können und sicherlich nicht Aufgabe eines Amtsgerichts sind. Denn wir wissen ja, das Erste, was bei einem Krieg auf der Strecke bleibt, ist die Wahrheit. Und Kriegspropaganda gibt es von allen Seiten. Was passiert denn möglicherweise zu Unrecht verurteilten Delinquenten, die bestimmte Kriegsverbrechen angezweifelt hatten und im Nachhinein Recht hatten? Werden sie rehabilitiert? Ist das überhaupt möglich, wenn der heutzutage allgegenwärtige Shitstorm der empörten Gutmenschen erwartungsgemäß zugeschlagen und die Existenz bereits vernichtet hat? Wie will man sowas rückgängig machen? Geht es dem Gesetz tatsächlich darum, Kriegsverbrechen nicht zu verharmlosen oder vielmehr darum, berechtigte Kritik und politische Gegner zu kriminalisieren? In einer Zeit und einer Gesellschaft, in der Zensur als Faktencheck verharmlost, Kritik pauschal zu Hass erklärt wird und Kritiker grundsätzlich Verschwörungstheoretiker sind und in der Meinungsdelikte oft strenger sanktioniert werden als Missbrauch eines Kindes. Da drängt sich diese Frage doch wohl auf. Justizminister Buschmann will es nicht mehr gewesen sein und versteckt sich feige hinter der EU. Was er nicht sagt, der EU-Rahmenbeschluss ließ die Möglichkeit einer Einschränkung, nämlich die Strafbarkeit des Leugnens und Verharmlosen auf jene Völkerstraftaten zu begrenzen, die ein internationales Gericht endgültig festgestellt hat. Aber das haben Buschmann und seine Ampel-Koalitionäre in ihrem neototalitären Machtrausch wohl gar nicht erst ins Auge gefasst. Und deshalb soll schon bald die öffentliche Frage, ob sich ein Kriegsverbrechen auf eine bestimmte Weise zugetragen hat, den kritischen Fragesteller eventuell hinter Gitter bringen. Ist das noch ein Rechtsstaat? Diese Frage mag sich jeder selbst beantworten. Aus dem Sächsischen Landtag ist die FDP ja schon 2014 verschwunden. Doch die 6% Umfragewert, bei dem sich die Koalitionspartei jetzt eingependelt hat, scheint den Herrschaften nicht wirklich zu denken zu geben. Zu denken sollte uns allen, die sich noch ihres gesunden Menschenverstandes bedienen, allerdings, dass sich sogar die linke Taz und ihre Leser gegen diese Gesetzesverschärfung aussprechen. Das einzig Positive an diesem unsäglichen Gesetz ist, dass sich die ehemals Freien Demokraten schon bald keine Gedanken mehr um die Sitzordnung im Deutschen Bundestag machen müssen. Dieser Paragraf ist eines Rechtsstaats unwürdig und muss ersatzlos gestrichen werden. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.